Hallöchen und da sind wir wieder zu Emergency 5. In der letzten Folge haben wir hier ein bisschen Geld verdient und jetzt können wir uns hier den Rettungshelikopter kaufen. Das heißt wir können gleich mit dem nächsten Einsatz loslegen. Kaufen! Vielleicht auch starten. Oh shit. Oh shit. Lauf, 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 lauf. Was geschieht dir, wenn du in Rea schießen willst? Eine Lawine hat ein Alpendorf und das nahegelegene Skigebiet zu großen Teilen verschüttet. Es gibt zahlreiche Verletzten, die unter Trümmerteilen oder Schnee begraben wurden. Finden und bergen sie alle Opfer des Unglücks. Versorgen sie alle Verletzten und transportieren sie sie ab. Mal Pause machen. Wir müssen uns jetzt mal ein bisschen gucken. Wir haben hier, okay, wir haben hier, hier ist ja glaube ich ein, ne, hier geht's hoch. Okay. Es ist ja alles ein bisschen verwirrend. Und zwar haben wir hier einmal das hier. Wir haben hier noch das hier. Ich glaube wir brauchen mal, ach, irgendwo fangt es an zu brennen. Ich hab, bis hier habe ich glaube ich gespielt. Ich weiß es nicht mehr genau. Wir brauchen auf jeden Fall hier mal so. Und das hier. Genau. Hier sind auch welche verschüttet, glaube ich. Mal so ein bisschen hier Dinge. Genau, die sind hier oben. Die müssen wir da mit dem Helikopter runter bringen. Das heißt, wir brauchen einmal hier Rettungshunde-Fahrzeug. Fangen wir am besten hier hin. Dann können wir hier schon mal dreimal Notarzt anfordern. Und dreimal Rettungstransportwagen brauchen wir. Dann brauchen wir, ne, das brauchen wir nicht. Wir brauchen einmal Bergefahrzeug und wir brauchen einen Rettungshelikopter. Äh, ja, ich glaube das war's mal fürs Erste. Ich weiß gar nicht. Bestwagen, Drehleiter, Dankesch. Das, da, da, da können wir eh nix holen. Das, das, das. Ich hab das Helikopter-Bergefahrzeug haben wir. Das brauchen wir nicht, das brauchen wir nicht. Okay. Ja. Jetzt warten wir mal, bis das alles hier ankommt. Und währenddessen trinke ich hier mal einen Schluck D. Hier ist zum Beispiel einer. Hier ist einer. Abschleppen müssen wir dann erscheinend wohl sicher auch irgendwas. Wird erledigt. Ja, soweit ich glaub, fangts da oben hier an zu brennen. Ich weiß es nicht mehr genau, hundertprozentig. Aber ich glaub, da war irgendwas hier heroben. Na, kommt endlich. Trim hat sein Bergefahrzeug. Rettungsschere. Alle Opfer in Sanitärer, die man transportieren. Alle Opfer versorgen. Alle verschütteten Brunnen verbinden mit dem Helikopter-Bergen. Okay. Okay, okay, okay. Okay. Du, mit dem Bergefahrzeug kannst man gleich mal hier ran. Du gehst am besten hier vorne hin. Bleib hier stehen. Ich weiß ja nichts. So. Okay. Lass uns mal den irgendwo hinten bringen zum Suchen. Dann. Na, wir brauchen ja hier auch noch einen Rüstwagen. So. So. So, du musst jetzt weiter suchen gehen. Als nächstes. Okay. Zu Befehl. Okay. Erwarte Befehle. So. Okay. Erwarte Befehle. Okay. Erwarte Befehle. Okay. Ähm, der hat die Pulten wieder zurück. Du kannst da auch schon hier hingehen. Dann brauchen wir... Ich frage mich, wo der Hubschrauber bleibt. Hier ist wer drin, hier ist wer drin. So, das soll der mal weitersuchen gehen. Na echt? Wieso ist denn der Typ hier? Ich verstehe es nicht. Ich verstehe es echt nicht. Ich warte die ganze Zeit auf den und dabei... So. Du kannst dich schon mal mit einer Rettungsschere ausdingsen. Sag mal, willst du mich irgendwie verarschen oder so? Der war's. Ich schicke den jetzt zurück. Und fordere dann einen neuen Bergungshelikopter an. Ich weiß es ja nicht. Was die hier für Probleme haben. Du fahrst mal hier rein. Du kannst auch hier reinfahren. Ich weiß nicht, ob der schon was gefunden hat. Keine Ahnung. So. Du kannst den schon mal aufschneiden. Und du fahrst mal hier... Keine Ahnung. Hier mal auf die Seite. Achtung. Wir müssen uns sofort um alle Opfer des Unfalls kümmern. Sonst erzählen wir, dass der Einsatz scheitert. Ja, mach ich doch. Doch. So. Der steckt ein. Ja, wo läuft der hin? Weiß ich nicht. Du kannst wieder ein bisschen suchen gehen. Wenn du nicht irgendwo fängst an zu brennen, ich weiß nicht wo. Keine Ahnung. So, du bist bereit. Du bist schon mal bereit. Und da kommt jetzt auch noch ein zweiter. Ist ja egal. So, der fährt mit dem Bergungshelikopter. Wieso kommt der da nicht hoch? Ich brauche ja den Bergungshelikopter. Was haben die für ein Problem? Echt. Was ich eventuell... Was wir eventuell machen könnten wäre... Achtung, es gibt Brände in der Nähe des Hotels. Ja, stimmt. So, Schlauch hierhin. Schlauch, Schlauch. Hierhin. Schlauch. Schlauch. Hierhin. Dann du kannst den Feuerlöscher holen. Hierhin. Feuerlöscher. Hierhin. Alles klar. Erwarte Befehle. Die Brände im Führiendorf lassen sich nur mit Feuerwehrmännern löschen. Einsatzfahrzeuge kommen nicht nah genug an die Brände heran. Wir sollten so viele Feuerwehrmänner wie möglich mit Schläuchen, Feuerlöschern und Motorsägen ausrüstung, die Brände effektiv einzudämmen. Hier sollten Gebäude kühlen, die sich in unmittelbarer Nähe zu Bränden befinden. Wir müssen unseren Berg... Behandeln Sie verletzte Personen immer so schnell wie möglich. Bursch. ...werden mit der Zeit immer schwächer und sterben, wenn sie noch zeitig versorgt werden. Ja, Leute, habt ihr gesehen, warum? Weil dieser blöde Helikopter aus irgendeinem Grund nicht da hochgeflogen ist. Ich weiß es nicht. Ich weiß nicht, warum. Echt. Ich hab keine Ahnung. Wir machen den Einsatz jetzt nochmal. Wir müssen inzwischen drehen, denke ich mal, abbrechen, weil dann die Folge schon um ist. Aber wir machen jetzt den einfach nochmal. Eine Lawine hat ein Alpendorf und das nahegelegene Skigebiet zu großen Teilen verschüttet. Es gibt zahlreiche Verletzte, die unter Trümmerteilen oder Schnee begraben wurden. Finden und bergen Sie alle Opfer des Unglücks. Versorgen Sie alle Verletzten und transportieren Sie sie ab. So, dann fangen wir mal mit Bergungshelikopter an. Hier hin. Wir benötigen einen Rettungshund und verschüttete Opfer ausführen. Wir brauchen eine Rettungshundefahrzeug. Wir brauchen... Wo war denn das Hotel hier? Wo war denn das? Hier, oder? Genau. Dann schicken wir hier einen Rüstwagen hin. Und ein Tanklöschfahrzeug. Dann brauchen wir hier einmal ein Bergefahrzeug. Wir brauchen... Ah, jetzt kommt er. Der hat sich anscheinend früher echt festgepackt. Äh, das brauchen wir. So, du... Den hier. Dann... Einmal Abschleppfahrzeug. Hier hin. Haben wir Rüstfahrzeug? Ne, das haben wir noch nicht geschickt. Das kommt auch noch hier hin. Dann haben wir... Hier noch einer. Wir müssen unseren Rettungshundeführer anweisen, den Rettungshund auf die Suche nach verschütteten Opfern zu schästen Arbeit. Der Rettungshund wird die Opfer dann von alleine suchen. Gut, wenn wir die Kamera hier weiter dran haben, dann können wir schon mal hier ein bisschen besser das alles abschätzen. Ja, schön, dass du Befehle erwartest. Ähm... Hier holt man alle drei... Über Schläuche. Ja. Alles ist sehr schön. Äh, du solltest vielleicht nicht auf den Hintergrund fahren. Okay. Aussteigen, 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 aussteigen. Du... Okay. Hier runter. Sagst du den, du... Was ist das hier? Was ist das hier? Ja. Wo fällt denn hier der Hund? Ich weiß es nicht. Hm, ihr steckt mal hier aus. Du fährst mal damit hier hin. Du holst eine Rettungsschere. Da geht's hier hin. Da gibt es noch verschüttete Personen. Wir müssen sie sofort bergen und versorgen, sonst riskieren wir, dass der Einsatz scheitert. Ja, ja. Alles klar. So. Ähm, du. Hier hin. Den holen. Okay, hier schon mal gut. Ähm, ihr steigt mal aus. Wo kühlst das hier? Kühl das hier. Erwarte Befehle. Verstanden. Ja? Wird erledigt. Ja? Das hier. Höre. Wird gemacht. Keine Ahnung, was genau. Ich sollte einfach mal schauen, dass ihr da hingeht. Ja? Damit, wenn's dann soweit ist. Ja, hab ich gehabt. Ich suche einen. So, ähm. So. Ähm. Runter. Au. Ich hab gerade meinen Fuß eingeklemmt. So. Dann. Du hast den hier. Das heißt, als nächstes da. Hm. So. Somit kannst du jetzt wegfliegen eigentlich, ja? Der kümmert sich um den. Der kümmert sich um den hier. Höre. Erwarte Befehle. Du kannst schon mal hier hingehen. Du kannst hier hingehen. Yeah. So. Du. Löchtern. Hallo? Achso. Dann nimmst du das hier. Löchtern da. Erwarte Befehle. Höre. Verstanden. Wir sollten Gebäude kühlen, die sich in unmittelbarer Nähe zu Bränden befinden. Im verschütteten Fahrzeug am Rand der Schneemassen befindet sich eine schwer verletzte Person. Wenn wir sie nicht sofort retten, riskieren wir ein Scheitern des Einsatzes. Ja. Äh. Du. Äh. Hierhin. Äh. Danke. Der holt den gerade. Das heißt, du kannst dann hier hinfahren. Wir brauchen dann unbedingt wieder... Den hier. Du laufst nochmal los. Vielleicht findest du ja noch irgendwas. Dann... Ähm... Wir sollten unsere Feuerwehrmänner mit Motorsägen ausrüsten und Bäume fällen, die sich in unmittelbarer Nähe von Bränden befinden. So verhindern wir, dass ich die Brände über Bäume weiter ausdenahe. Ja. Die Brände sind doch schon gelöscht. Bin dabei. Bin bereit. Okay. Du rausschneiden. Du kannst dann hier hingehen. Bin bereit. Sofort. Alle Opfer, alle Opfer, alle Opfer, Atmeten, Halt, Dieter, Abtrums, mit der Verletzung, Fahrer mit der Rettungsstelle, Ausfahrzeug, Unfallfahrzeug befreien. Das sind wir gerade dabei. Dann wird der den retten. Da kommt schon ein Rettungsfahrzeug. Wir schicken schon ein zweites hier hin. Aussteigen. Du nimmst den mit. Okay, hier oben ist auch noch einer. Hier stehen zwei, das heißt, einer kann hier hin. Kümmer dich um den, bitte. Du kannst den abschleppen. Äh, Bergefahrzeug brauchen wir keines mehr. Obwohl, ne, du fährst nochmal hier hin. Kann sein, vielleicht brauchen wir dich ja doch noch. Deswegen bleibst du doch erstmal hier. Äh, okay. Alle drei sind drinnen. Alle drei sind drinnen. So, der Pfad, der Pfad. Hier ist alles klaro. Da warten wir auf den nächsten Rettungswagen. Der wird hier versorgt. So. Haben wir jetzt hier irgendwo noch einen, der irgendwo Hilfe braucht. Okay, dann nimmst du den hier mit. Dann brauchen wir aber noch einen für hier. Alles klaro. Gut, Leute. Wir haben es gleich geschafft und die Folge hat dann halt Überlänge. Ist ja auch egal. Aber so haben wir das in einem dann durchgemacht. Finde ich doch besser. So, du steckst hier ein. Oder meint ihr nicht? So, hier rein, rein, rein. Jawohl. Jawohl. Unsere Rettungshunde bittern noch weitere Opfer. Sie können aber nicht zu ihnen gelangen. Höre. Sofort. Sofort. Der Rettungstransportwagen bringt das Opfer zur Krankenstation in der Basis. Wo denn? Ja, jawohl. Alle Opfer mit dem Notarzt versorgen. Transportieren. Hä, wo soll denn hier noch einer sein? Wir haben doch alle. Naja, Leute. Ob wir die Mission schaffen oder nicht, erfahrt ihr in der nächsten Folge. Schaut wieder rein. Tschüss. Tschüss.